Herzlich willkommen zum Repetitorium Physiologie, jetzt mit dem Vortrag zur Erregungsbildung und Weiterleitung des Herzens. Bei unserem Herz handelt es sich um ein muskuläres Hohlorgan, das zwei Kreisläufe bedient. Es schlägt knapp drei Milliarden Mal im Leben. Lassen Sie sich das bitte auf der Zunge zergehen. Drei Milliarden Mal. Wie kommen wir auf diese unfassbar hohe Zahl? Wir multiplizieren die 60 Schläge pro Minute mit 60 Minuten pro Stunde. Das Ganze mit 24 Stunden für einen Tag und das Ganze mit 365 Tagen pro Jahr. Und jetzt kommt der Variable Faktor, da können Sie einsetzen, wie lange Sie leben wollen. Und dann, ich habe 80 Jahre eingesetzt, da kommen wir etwa auf diese Zahl. Das heißt, wir haben hier eine sehr zuverlässige, langandauernde und häufig verlässliche Pumpe, die ungefähr 6000 Liter pro Tag fördert. Und das Beste, wir tun nichts dafür. Das heißt, es funktioniert ganz automatisch. Und das ist auch gut so, denn stellen Sie sich vor, Sie müssten jetzt in diesem Moment darüber nachdenken, dass Ihr Herzschlag bitte aufrechterhalten bleiben soll, wo Sie doch eigentlich mir zuhören sollen. Beim Herzen handelt es sich um einen Selbstversorger. Das heißt, das Blut, das das Herz zum Schlagen braucht, bringt es sich selber zu durch die Koronararterien. Das birgt verschiedene Probleme in sich, die in anderen Vorträgen noch genauer eruiert werden. Aber warum gibt es das Herz überhaupt? Wo besteht die Notwendigkeit für ein Organ wie das Herz? Wenn ein Organismus, hier ein Einzeller, mit der Umgebung in Kontakt tritt, dann kann das bei einem kleinen Organismus, wie das hier der Fall ist, durch eine direkte Interaktion geschehen. Das heißt, wir brauchen hier kein Herz. Hier kann der Stoffaustausch, der zum Leben gebraucht wird, über Diffusion erfolgen. Wird der Organismus größer, handelt es sich also um einen Vielzeller oder im Zellverband. Dann haben wir die Einschränkung der Diffusionsstrecke. Das bedeutet, dass diese zentrale Zelle natürlich nicht so viel bzw. nicht so schnell die Stoffe bekommt, die es braucht, wenn doch die ganzen Stoffe von hier hier rein diffundieren müssen. Da hat sich die Natur die Lösung überlegt, dass wir einfach das Äußere näher ranholen. Aber auch diese Hilfe bzw. diese Abhilfe greift irgendwann zu kurz. Und bei einem komplexeren Organismus, wo eine kritische Größe erreicht ist, brauchen wir ein Transportmedium, das diese Stoffe im Organismus verteilt. Und dazu dient das Blut. Und dieses Transportmedium muss natürlich auch irgendwie angetrieben werden. Und dazu dient eben eine Pumpe bzw. das Herz. Das heißt, wir haben hier bei diesem Organismus es geschafft, unsere Verteilung deutlich effizienter zu gestalten. Einzig und allein dadurch, dass wir den Prozess der Diffusion, also der Aufnahme der Stoffe kombiniert haben mit der Konvektion, die eben der Hauptmechanismus ist bei der Verteilung durch den Blutschrung. Wenn das Ganze noch größer wird, dann wird das Ganze noch komplexer und die Anforderungen an den Kreislauf und ans Herz werden größer. Aber das Herz-Kreislauf-System reagiert dadurch, dass es sich weiter ausdifferenziert. Sie sehen hier, wir haben zwei Pumpen. Die eine kümmert sich darum, die Stoffe aufzunehmen. Die andere kümmert sich darum, den Organismus damit zu versorgen. Und genau das, genau diese verschiedenen, diese Anpassung an verschiedene Anforderungen bzw. an den aufzunehmenden bzw. abzugebenden Stoff, genau das finden Sie auch im menschlichen Körper wieder. Diese Spezialisierung der Gewebe, die Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Herzen, die Unterschiede zwischen den beiden Kreisläufen, die versorgt werden. Die Arbeitsteilung, das sehen Sie daran, ist nicht nur in der Globalisierung ein hilfreicher Prozess, um bestimmte Dinge zu beschleunigen bzw. effektiver zu gestalten. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Hier sehen Sie letztlich die Verbrennung von Glucose, also die Reaktion, die uns am Leben erhält, weil sie Energie in Form von ATP produziert. Die Glucose nehmen wir auf durch den Magen-Darm-Trakt. Den Sauerstoff und das CO2 wird über die Lunge reguliert. Um das Wasser kümmert sich die Niere und das Herz bringt alles zusammen. Und dass das nicht bloß reines Theoretisieren ist, sehen Sie an dieser Statistik. Ich habe Ihnen hier die Todesursachen in Deutschland 2012 mitgebracht und Sie sehen, dass die Todesursachen, die auf das Kreislaufsystem entfallen, den größten Anteil ausmachen. Danach kommt Krebs und dann noch viele weitere. Was Ihnen auffallen sollte, dass es sich hierbei sowohl beim Kreislaufsystem als auch beim Krebs eher um degenerative Erkrankungen handelt als um infektiologische. Das soll Ihnen ein Hinweis dahingehend sein, dass wir hier natürlich auf eine Statistik schauen, die aus der westlichen Zivilisation kommt, aus einem Industrieland. Wenn Sie sich das aus einem Entwicklungsland anschauen, dann wird das ganz anders aussehen. Aber diese klinische Relevanz erfordert es von uns zu wissen, wie das Herz funktioniert, welche Mechanismen wichtig sind und wie das Herz und der Kreislauf mit dem restlichen Körper interagieren. Dem wollen wir uns zusammen widmen. Das ist ein Hinweis dahingehend. Das ist ein Hinweis dahingehend.